Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Wechselstrom. Das letzte Mal haben wir gemacht, wie wir Wechselstromkreise berechnen können. Und da sollen wir drauf kommen, dass sich verschiedenste Elemente eigentlich wie Widerstände verhalten, nur eben mit unterschiedlichen Sachen. Wir haben gesagt, okay, wir haben einen Widerstand und der ZR war R, plus J0, egal jetzt. Der ZC war minus J1 durch Omega C, also hat nur einen negativen Imaginärteil gehabt. Und der ZL war J Omega L. Und es gilt natürlich, das Umschulgesetz, also die Wechselstromvariante des Umschulgesetzes, U ist R mal I, also U ist gleich. Und diesmal Wechselstromwiderstand heißt der Z mal Strom I. Okay? Jetzt überlegen wir uns, was das bedingt. Okay? Schauen wir uns das bei der Parallelschaltung mal an. Ich habe hier aufgezeichnet eine Parallelschaltung. Wir haben eine Spannung U und die Spannung U liegt an allen meinen Elementen. Das ist das Wesen der Parallelschaltung, dass überall die gleiche Spannung liegt. Richtig? Das ist mir damals relativ schwer gefallen, muss ich sagen, das irgendwie zu verstehen. Aber ich sage dir einmal, U, ich schaue mir das zu einem bestimmten Zeitpunkt U0 an. Das heißt, zum Beispiel, schaut so aus. Da ist meine U. Das hat einen gewissen Phasenwinkel Phi U. Und das war's. Das ist meine Spannung U. Und die liegt an allen meinen Widerständen. Widerständen, Wechselstromwiderständen. An allen meinen Elementen nennen wir es. Schauen wir uns jetzt einmal das I R an. Das I R ist U mal R. Das Z ist ja noch ein R. Und das U durch R eigentlich ist das I R. So. Also, wir haben gesagt, da ist der Widerstand in Phase. Also, das ist in Phase. Das heißt, mein I R geht in diese Richtung. Und ist ja da irgendwie lang. Da ist mein I R. Mein I R hier. Ich schreibe das hin. Da. I R. Gleiche Richtung wie U. Das ist dieser Fall. Schauen wir uns vielleicht die Schauen wir uns in den Kondensator an. Dann machen wir es nach der Reihe. Schauen wir uns nach den Kondensator an. Jetzt ist es da Minus 1 durch Minus 1 durch J Minus J 1 durch Omega C. Wenn ich das auf die andere Seite bringe, ist das dividiert, dann ist das Schauen wir es auf. Ist ja wurscht. Da. Also pass auf. U ist gleich Minus J 1 durch Omega C mal I I C. I C. Das war eigentlich das gleiche wie 1 durch J Omega C mal I C. Ich habe ja gesagt, einmal ist es so leicht und einmal ist es so. Das ist jetzt der Fall, wo es so leichter ist. Weil nämlich das I C folgt daraus. I C ist gleich J Omega C mal U. Jetzt habe ich da J Omega C. Jetzt ist das 90 Grad Winkel. J Omega C werde ja in diese Richtung. J imaginär dann 90 Grad mal den Winkel, den die Spannung hat. Das heißt, der Strom eilt hier um 90 Grad vor. Das heißt, wenn ich das hoffentlich richtig erwische, hier haben wir 90 Grad. Das ist jetzt der I C. eigentlich ist es die Spannung hinten. Weil es ringt zuerst der Strom rein und dann folgt die Spannung. Das ist bei einem Kondensator so. Zuerst muss der Strom einringen, dann folgt die Spannung nach und deswegen schaut das so aus. Okay? Das ist eine direkte Folge daraus. Also das ist jetzt der I C, der hat da 90 Grad eben und das kommt aus der Rechnung raus. Okay? Und jetzt schauen wir sich den I L noch an. der I L da ist ja der J Omega und das ist dann dividiert durch J Omega L und dividiert ist minus das J Omega hat auch 90 Grad nur wenn ich das dividiere habe ich halt minus 90 Grad. Das heißt, der I L geht an und für sich in diese Richtung da. Da geht der I L runter und der kann wie wir sehen können die alle unterschiedlich lang sein. Es kommt halt auf die Bauteilwerte drauf an. Okay? Nehmen wir ebenfalls 90 Grad. Das sind jetzt die Sachen. Das sind die einzelnen Ströme. Wie gesagt, da die Spannung die zeichnet jetzt ein bisschen fett ein, weil das ist nämlich die Gesamtspannung die an beiden liegt. Und wo ist jetzt der Gesamtstrom da durchrennt? Knotenregel hier an diesem Punkt I ist gleich IR plus IC plus IL. Jetzt muss ich die noch vektorell addieren. Muss ich die vektorell addieren? Pass auf, da sage ich das IR plus IC das IC das zeichne ich da auf. da und jetzt minus IL und das ist ja da runter und da zeichne ich da runter diese Länge ungefähr da und jetzt habe ich da praktisch mein I da, das geht da fast fast in der reellen Achse ist aber nicht ganz. Da ist mein I ist gleich IR plus IC plus IL. Cool, oder? So ergibt sich eben der 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 Strom da und da dazwischen da dazwischen ist der Phasenwinkel Phi. das ist der Phasenwinkel Phi zwischen Strom und Spannung an der Parallelschaltung und dieser Phasenwinkel Phi immer vom Strom zur Spannung Phi ist in diesem Fall der Phasenwinkel und der ist positiv. Positiv in diesem Fall es geht immer vom Strom zur Spannung okay deswegen sagt man Strom ist ein Nachteil Strom ist voreilend ja Strom zu Spannung geht es immer mir ist das immer recht schwer gefallen der Moment welche Spannung liegt jetzt aber wenn man es mit Parallelschaltung betrachtet okay Parallelschaltung ist die gleiche Spannung allerdings ich hoffe das ist irgendwie klar geworden naja also das Parallelschaltung würde so aussehen schauen wir uns zur Serienschaltung in der Serienschaltung ist er der Strom überall gleich das heißt ich will gleich mal Fett einzeichnen da das da ist übrigens der Phi weil da Rüben zeichnet jetzt nämlich auch einen Strom ein den zeichne ich einfach irgendwie ein da ist mein Strom E der hat hier ebenfalls einen Phi und jetzt Spannung am Widerstand R mal I R ist eine reelle Zahl das heißt die Spannung am Widerstand ist einfach da geht da nach oben in Phase U ja Spannung am Kondensator Spannung am Kondensator mal minus J also mal minus 90 Grad minus 90 Grad dahinter das heißt die Spannung am Kondensator geht in diese Richtung hier da ist mein UC wir haben da 90 Grad dazwischen Spannung am an der Spule UL ja UL Strom mal J Omega mal 90 Grad 90 Grad nach vorne verschoben da geht der UL können auch wieder alle unterschiedlich lang sein wie ist man 90 Grad und wie ist jetzt die Gesamt die Gesamtspannung naja das ist wieder die Summe Maschenregel U ist gleich UR plus UC plus OL das heißt ich mache da jetzt das plus UC und jetzt das UR wieder dazu dann komme ich da hin da ist jetzt mein U da wieder mein da ist phi U das ist mein U da U ist gleich UR plus UC C plus UL der da alle vektoriell addiert und da dazwischen habe ich wieder meinen Phasenwinkel auch der ist in diesem Fall positiv da habe ich mein phi wieder Phasenwinkel auch der ist positiv wenn jetzt das UL zum Beispiel weil das L eben einen anderen Wert hat wenn es kürzer ist dann zeigt der Gesamtspann nach hinten und auf einmal ist der Phasenwinkel negativ und es ist ein negativer Phasenwinkel negativer Phasenwinkel heißt immer kapazitiv weil der Strom ist ja der Pfund bei der Kapazität ist der Strom Pfund das heißt der Phasenwinkel ist negativ und positiver Phasenwinkel heißt immer induktiv so nennt man das und so ergeben sie eben die einzelnen Zeiger in einem in einem Zeigerdiagramm also so entwickelt und ich meine jetzt ist hoffentlich auch klar warum das egal ist zu welchem Zeitpunkt ich das ich hätte das U hier genauso nach Rüben zeichnen können oder das I hier genauso in diese Richtung zeichnen können dann würden sich alle Pfeile eben ein Stückchen verdrehen es kommt in den allermeisten Fällen nur auf die Relativlage der Pfeilchen zueinander an das ist das ist es gibt nichts sonst deswegen habe ich gesagt eigentlich ist egal wo der Null ist und so weiter weil sich ja alles andere daraus ergibt wie wir gerade gesehen haben Zeigerdiagramm in Wechselstromkreisen Parallelschaltung kann man übrigens genauso rechnen 1 durch Z Gesamt ist gleich 1 durch Z1 Serienschaltung und so weiter Serienschaltung ist Z Gesamt ist gleich Z1 plus Z2 plus Z3 und so weiter also das funktioniert alles ganz genauso nun muss ich halt immer das J und was mitziehen gut wenn wir solche Phasenverschiebungen zwischen Strom und Spannung haben dann passiert etwas dann passiert etwas mit der Leistung deswegen schauen wir uns das nächste Mal an wie es denn aussieht mit der Leistung in Wechselstromkreisen wenn da eine Phasenverschiebung drauf ist gibt es nämlich nicht nur A-Leistung es gibt mehrere Leistungen mehrere Leistungen das klingt doch schon vielversprechend schau mal schau mal nächstes Video Leistung im Wechselstromkreis für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit auf Wiedersehen